In diesem kurzen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr mit Amazon Alexa eure elektronischen Geräte über den Logitech Harmony Hub an- und ausschalten könnt. Das Ganze habe ich über die App Bionomi gelöst. Das ist eine von mehreren Möglichkeiten und wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. Alexa, Stereoanlage anschalten. Wie ihr jetzt unten links seht, ist die Stereoanlage angeschaltet worden und schaltet sich bei mir in den Modus bzw. auf den Kanal, dass ich Musik hören kann. Alexa, Stereoanlage ausschalten. Und wie ihr jetzt gesehen habt, schaltet die Stereoanlage auch direkt wieder aus. Wie das genau funktioniert, habe ich euch auf meinem Blog smarthomeassistent.de erklärt. Da sind auch weitere Möglichkeiten beschrieben, wie ihr das zum Beispiel mit Iobroker lösen könnt oder mit IFTTT. Ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Bis dahin. Tschüss.